ok dann machen wir weiter mit rascha und ilo mit dem song vorbei und ilo ist auf jeden fall auch eine kandidatin von der top 100 von icon 6 auch glück gewünscht dafür wir sehen uns jetzt mal gucken was du hier gezaubert hast ich bin gespannt let's go nicolas heinzel ist auch ein sehr starker produzer kameramann auf jeden fall und mit dem machen wir jetzt gerade auch mehrere projekte die euch bald überraschen werden meine lieben freunde so da kommt was auf euch zu der arbeit sind gerade auf hochtouren oder akkord er wird auseinander genommen gerade der arme ein video nach dem anderen jeden tag an ihrem hochzeitstag schrieb sie ihm ich heirate in zwei stunden wenn du etwas ändern willst dann komm sie wartete aber er kam nicht als sie ein jahr später man sieht hier direkt wieder den einfluss von rascha auf die künstlerischen aspekte des videos 100 prozent das ist aber das aber rascha ist ein künstler durch und durch aber von einem künstler wie rascha hätte ich erwartet dass der teppich hier gerade ist rascha so also dass das schon wieder also also nein so in friedhof ging sah sie ein unauffälliges grab auf dem der name desselben mannes stand er ist mit einem motorrad verunglückt und das todesdatum ist die hochzeitstag es stellte sich heraus dass er es eilig hatte sehr eilig geiles detail Ey, dieser Song verfolgt mich, ne? Auf TikTok Ja, ja, ach so Du bist nicht mein Nassib und so Diese, Bruder Ja, ja Ey, Bro Weißt du, wie viele Creations dieser Song hat? Mehrere Tausende TikTok ist voll damit, ne? Ja, safe Und der ist ja auch in den Trends Zwölf, ne? Krass So, und überleg mal Für Ilo muss das wahrscheinlich Was sehr Besonderes sein Für Rasha natürlich auch Ja Das Ding ist, Rasha war schon oft in den Trends So Aber jetzt auch Außerhalb von Icon ist das wahrscheinlich geil Aber Ilo hat mit dem ersten Song verhindert Mit Rasha Eine Million jetzt eingespielt Und jetzt ist sie wieder in den Trends So Ja, so Das ist gut, weißt du? So Also Aber ich hoffe, die gewöhnt sich nicht an diese Zahlen Die fängt ja alleine an Jetzt hat die natürlich Rasha Ja, die hat sich Rasha an ihrer Seite Ja Aber bei Icon ja nicht Checkst du euch mal? Ja, ja, ja Das meine ich ja Man merkt so rasch da raus Ja, ja Wow Das ist Rasha's Film Ja, ja Das ist Rasha's Film Der Weite Komm rein Du singst das ein Den Rest mach ich Say no more Hier fehlen mir aber Bilder Bilder? Ba, 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 ba Also so einzelne Bilder Und dann neue Bilder Immer auf dieses Ba, ba, ba Ein neues Bild Auf dieses Ba, ba, ba Kaffee Bilder Die sagen ja Aus der Vergangenheit vielleicht Ja, die so vielleicht verbrannt werden So leicht So, weißt du? Ja, so mäßig Boah, Rasha Hätt ich nicht von dir erwartet Na Ehrlich, Alter Nein, Schatz Krass Wow Krass Baba Stark gemacht Ich glaub, das ist doch gut Ich weiß nicht Das ist doch Ilos erstes Musikvideo sogar, ne? Das weiß ich nicht Das letzte war ja so ein Topic Das weiß ich nicht Soweit ich weiß Aber das ist auf jeden Fall super Aber ich muss sagen Vor der Kamera macht die sich gut Ähm Ich hoffe, dass der Rasha An ihr arbeitet Also was so Selbstbewusstsein Beziehungsweise Auftreten Vor der Kamera angeht Weil in ihrer Bewerbung War sie noch so Wissens zu schüchtern Auf süß So, weißt du? So zurückhalten In sich gekehrt Die muss rauskommen Selbstbewusstsein Ich bin da Ich bin Ilo Was los? So, vor die Kamera 100% Das ist wichtig Ruf dich nie wieder an Will nicht mehr wiederkommen Denn das mit uns ist wahr Stark Was jetzt? Ey, boah Krass Sehr schlauer Move von Rasha Einfach eine EP Ja, wir werden sehen Rasha geht raus aus Icon Nimmt die Reichweize für Ilo mit Ilo geht bei Icon rein Und nehmt die Reichweize auf die EP mit Ich hoffe, der Move geht auf Egal, Singles ballern So, Singles ballern Also Singles Ich bin immer eher der Fan von Singles Statt von EP und Album Egal, 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 egal Machen, machen, machen Ja, so auf jeden Fall Besser als nichts, Bro Andere machen gar nichts So, das stimmt Aktuell Ja, valla Wir haben Icon gewonnen Und streamen nur noch So, auf dich böse geweint Aber da wünscht man sich natürlich Musik So, weißt du, was ich meine? Und streamen nur noch Vielen Dank. Vielen Dank.